So Jungs, hier ist unser Sportminister hier, Herr Trott, mit den ganzen Leuten hier, die ganze Fresse hier, alles wieder voll am Ball, von Hamburg 1 bis Sport 1, der Kicker, so muss er sein hier, aber alle sind optimistisch, so sieht das aus. Ja, unser Herr Rohrberg ist auch da, natürlich, live natürlich, ja logisch, ist das ein Wunder, so die Gänse, wir halten halt die Ohren steif hier, keine Volksreden, wir wollen Sieg haben, sondern Gereden haben wir genug, ja, nun wollen wir mal richtig Gas geben hier, wer ist das denn hier auf dem Schirm, ich sehe hier in Nassen wieder, Mars V gewinnt, ja, was denkst du, ja, Augsburg verliert 3-0, ja, und Augsburg, ja, bin noch nicht von überzeugt mit Augsburg, ja, gut, oder, wo ist wieder Mainz, da verlieren die ja 12-0, oder was? Dann wird es von Norden gut laufen, ja, gut, so ist er, das ist schon ein richtiger Auflauf hier, aber gut, wir drücken die Daumen hier, ne, ja, Jens hat das erste Lehrjahr vor sich, ne, aber ich war ja schon mal in Hamburg, Nimm mal den Kopf weg, da, wer sind da, ja, ja, was ist um 11 Uhr, Pressekonferenz, ja, hier, warte mal, da hat einer den Kopf vor, ja, hier, die ganze, wunderbar, sie ist so,